Hier ist dein Buch. Dürrke, hier ist jetzt der Wachstabschlag für den Garten, was der Ballastmann in New York gelandet ist. Dann bist du jetzt auch hier. Den Kegler hat es geschlossen, aber wir haben sicherlich nichts verstanden. Kegler hat es wohl nicht so, wie sie halt so sprechen waren. Wie gesagt. So, glauben wir, dass ich einen Tag auf der Schönheitskampf verbilder. Das ist so. Höhöhöhöh. Nicht wohl auch ein anderer, Dürrke. Dürrke, Dürrke, wünscht sich neue Lautschuhe. Okay, ich glaube, das reicht. Es gibt also nochmal Geschichte auf.